Ihre Produktionsdaten jetzt digital erfassen mit SpiderControl I40 Integration Suite. Produktionsdaten erfassen gehört zu den täglichen Aufgaben jedes industriellen Betriebes. Informationen wie Temperatur, Druck, Dichte, aber unter Umständen auch humansensorische Kriterien wie Geruch und Geschmack müssen aufgezeichnet und protokolliert werden. Einerseits wird dadurch die Rückverfolgbarkeit gewährleistet, andererseits werden die gesammelten Daten statistisch und grafisch aufbereitet, um die Qualität zu überwachen und Lärfen zu verbessern. Werden bei Ihnen im Betrieb Produktionsdaten noch manuell erfasst? Hand aufs Herz. In den meisten Produktionsbetrieben ist dies immer noch der Fall. Wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Mit unserer Lösung kann man mit wirklich geringen Einstiegskosten eine bestehende Anlage mit all ihren Anlasten Schritt für Schritt digitalisieren. Wo es die Steuerungstechnik erlaubt, wird die Erfassung automatisiert und wenn das nicht geht, werden die Daten über ein Tablet oder einen Browser erfasst und in eine moderne Datenbank abgespeichert. Mit diesem Ansatz kann der Wandel zur Digitalisierung Schritt für Schritt vollzogen werden. Mit unserer revolutionären Spyder Control i40 Integration Suite können Sie die kommenden Erweiterungen mit Ihrer bestehenden Entwicklerkuh programmieren, weil die Bedienung so einfach ist. Sind Sie neugierig geworden, dürfen wir Ihnen kurz zeigen, wie schnell es das geht? Die Daten werden entweder aus einer SPS gelesen oder von Hand über ein Tablet eingegeben. Die Programmierung dieser Funktion geschieht mit dem Spyder Control PC HM Editor. Mit diesem Tool kann die gesamte Bedienoberfläche sowie die Treiberkonfiguration für die Anbindung der SPS gezeichnet werden. Die Treiberkonfiguration benötigt den Typ der SPS sowie weitere Parameter wie z.B. die IP-Adresse. Für die Anzeige der automatisch erfassten Variablen und die Eingaben der manuellen Werte wird mit demselben Tool eine Reihe von Masken gezeichnet. Die angezeigten Produktionsdaten werden in interne Variablen des SCADA-Servers kopiert und können durch einen Button in die Datenbank kopiert bzw. eine ganze Seite aus der Datenbank in den SCADA-Server zur Anzeige gebracht werden. Das Spyder Control HM Editor wird seit vielen Jahren in grossen Stückzahlen im Automationsbereich für die industrielle Visualisierung eingesetzt und Personen im Automationsumfeld finden sich damit sehr leicht zurück. Programmierung der SQL-Datenbankanbindung Um bereits in der Datenbank aufgezeichnete Daten im Browser HMI anzuzeigen und ein Set von Produktionsdaten von Hand in die DB zu speichern, werden bestehende Funktionsbausteine der Spyder PLC verwendet. Dazu gibt es Funktionsbausteine für alle gängigen Datenbanken. Die Konfiguration erfordert lediglich die Angabe der IP-Adresse sowie den Datenbanknamen, den Benutzernamen und das Passwort. Die zu speichernden SPS-Variabeln werden über Input Funktionsbausteine definiert und zu einem SQL-Datenbank-Query zusammengesetzt. Der SQL-Funktionsbaustein bekommt das entsprechende SQL-Query als Input, um die gewünschte Funktion durchzuführen. Durch Drücken eines Buttons im HMI wird der entsprechende Baustein getriggert, sodass die Daten zwischen SCADA und DB kopiert werden. Das Spyder PLC Programmier-Tool ist in den SCADA-Server integriert und funktioniert direkt über einen HTML5-Browser, sodass für Anpassungen nicht einmal eine Programmier-Software installiert werden muss. Insbesondere für den Fernzugriff im Störungsfall ist die rein browserbasierte Programmierung ein wichtiger Vorteil. Die beschriebenen Spyder Control i4.0-Komponenten sind auf allen gängigen Betriebssystemen verfügbar, wie Windows 7c, IoT, Linux und alle seine Varianten, Android, Raspbian, zum Beispiel auf dem Fixed-Hand, die alten Windows-CE-Systeme, sowie in der Cloud als Docker-Komponente. Sie sind also völlig frei, wo Sie diese Funktion betreiben möchten. Im Schaltschrank, in Ihrem Rechenraum, im Büro oder in der Cloud. Sie können das Thema Digitalisierung mit einem kleinen Pilotprojekt beginnen und Schritt für Schritt ausbauen. Weil Sie das mit Ihren bestehenden Technikern machen, bleiben die Kosten überschaubar und Sie gehen kein Risiko ein, weil Sie die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Unsere Starter-Kits beinhalten alle Software-Komponenten und es gibt zu jedem Detail-Thema ein Video, welches die Programmierung im Detail erklärt. Möchten Sie Unterstützung für den Aufbau eines ersten Projektes? Wir vermitteln Ihnen ein Spyder-Control-Partner in Ihrer Nähe.